so wir sind wieder da wir haben ja noch ein level up gehabt und noch mal hier unboxing 6 prozent mehr abonnenten speed ones zack 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 wir machen unboxing so mach ein video du kannst auch noch ein video machen von körper machen und zwar am arbeitsplatz 2 und du kannst auch ein video machen von wo ist das da am arbeitsplatz 3 natürlich so öffnen da haben wir an so nintendo dies gehabt öffnen da ist unsere play studio 3 wie funktioniert das jetzt hat mir die anboxen gemacht hier doch ja und wie funktioniert jetzt das machen anboxen video okay ja wir sind jetzt die ganzen spiele titel hier ich müsste auch gleich das video noch das interview noch bearbeiten ja stimmt ja das muss ja auch noch machen das video bearbeiten fortsetzen video 1 interview am arbeitsplatz 1 so das spiel lassen wir jetzt noch mal kurz so das hier nehmen wir dann nehmen wir noch mal den hier rein und den wieder auch noch mal rein das können wir machen wir machen aber den hier noch mal zwischensetzen und den so dann hätten wir das super hochladen das Mail das Ergebnis hochladen da jetzt könnten wir ein unboxing Unboxing machen aber jetzt haben erstmal erstmal nichts was sie machen aber ich kann noch mal schlafen die nach oben wir können aber noch mal essen und trinken bis so lange bis die ganzen rechner arbeiten unser ehemaliger mitarbeiter salvatore so schlafen er geht schlafen wir müssen ja dann noch mal schneller es ist noch mal ein sandwich gut und dann machen wir ein unboxing video mikrofon pop schutz um die ausgabe fortsetzen weiter die videos laufen auch alle gut sehr schön das öffnen wir einfach mal so wir gehen nachher mit zur party es war noch das video super das spiel hat er doch das spiele da hat ich glaube es nicht ich liest davor was er auf der ball da wie krass der hammer der hammer so ich höre schon wieder wie irgendwo was britzelt und funkt also kann sein dass wir irgendwo ein rechter kaputt ist sehr schön da wie wir das falsche kritik wütende kritik da haben wir wieder nichts ok naja gut weiter den nehmen wir rein auf jeden fall muss ich gucken was wir jetzt auch weiter rein nehmen das hier können wir mitnehmen das hier können wir mitnehmen das hier können wir mitnehmen wenn wir dennoch mitnehmen und dennoch mitnehmen haben wir eine relativ gute quote rendern danke hochladen abonnenten zum event gehen so hier haben wir nochmal abonnenten haben wir noch geschaut 750.000 abonnenten jetzt muss ich langsam geht es langsam hoch zu millionen es geht dann das wird langsam so ja wenn wir ein bisschen reden mit dir es geht wieder los dass ich auf der party sind unsere ausdauer und unsere essen wieder hoch gehen kinky we wave oh mein gott tanzen hier soll er da 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 salvatore hier salvatore da der so was hier haben wir denn noch hier haben wir immer noch hier den wir kennen nein Ari ist da dieser ja egal wir reden weiter mit carissa die kennen wir die anderen wollen ja nichts mit uns zu tun haben die anderen wollen ja nichts mit uns zu tun haben so der Ari und der salvatore ist aber auch egal wir haben unsere mitarbeiter wir haben unsere frau also von daher wir brauchen wir denn noch neuer dahlkonsole reden ach wir müssen jetzt so weiter reden mit carissa das hat sich auch abhaut das ist ja nicht schön aber wir können noch mal tanzen wir tanzen den city gut nein noch nicht ganz außer ist noch nicht hoch genug wir müssen noch ein bisschen tanzen und reden und tanzen und reden und tanzen und reden und tanzen dann könnte ich nicht hier irgendwie selbst machen körper war ein totaler flop ok war ein flop na gut wenn du sagst was ist ja wohl stimmen so ich glaube wir haben recht genug wir verschwinden jetzt erstmal ja wir verschwinden wir gehen nach hause wir wollen aber netten kreieren wir wollen auch die 1 millionen knacken ob wir die heute geknackt kriegen so reparieren neue aufgabe verfügbar ja so machen arbeitsplatz 2 das ist dann arbeitsplatz so bist du hat ein video machen und zwar was du von heid aus heid aus bonn arbeitsplatz 3 manuell nein nicht omni mono ausgabe fortsetzen so sehr schön das passt doch sehr schön sehr schön wir gehen aber nach oben nein können wir nicht wir müssen warten dieser was verspielte darum das gibt es noch nicht jetzt dann ist einfach rumspielen menschens kinder so heißt meine meinung zu verpasst das ende nicht was ist los du kannst du mal anrufen wenn du willst du willst du bist fantastisch endlich habe ich das war echt nicht leicht blablabla gut hochladen hoch so das ist doch schon wieder das geht geht schon wieder los dass nichts passiert hier so kassi was was besser jetzt los ja ja das ist kein video da machen oder was das ist doch schon wieder das ist schon wieder sachen wo ich mir denke das muss nicht sein hallo da kann ich auch nichts machen jetzt geht das ist doch schon wieder das spiel beenden und deshalb wieder neu starten weil das irgendwie alles miteinander nicht klappt also das ist ein bisschen nervig muss ich sagen jetzt sind die ganzen videos die aufgenommen wurden sind natürlich wieder nicht zu gebrauchen machen video so sie zu halt aus bonn wort gemacht was ist auf lizard gameplay so arbeitsplatz 3 fortsetzen ja so du kannst es und da passiert erstmal nix so jetzt ist die war wieder da an der console spielen jetzt passiert auch gleich wieder nichts das ist doch der ist doch echt nicht normal meine güte es passiert auch schon wieder nix das gibt es nicht können wir das spiel noch mal neu laden also es ist der wahnsinn das ist schlimm jetzt geht die da wieder hoch und ist da wieder am zocken aber setzt sich da wieder hin so dass wir wieder kein video machen können es muss ja wieder auf die konsole gehen damit was momentan sowieso nix ist das ist so das ist nicht das finde ich ein bisschen nervig dass das aber dass das doch ein bisschen rum backt muss ich ganz ehrlich sagen das finde ich bin ich echt ein bisschen schlimm finde ich momentan endlich in ordnung finde ich echt nicht gut wo sie sagen wir haben ja auch nicht es gibt ja auch keine spiele auswahl call of you wie zwei sind nur noch warten bis sie ankommen gehen nach oben die schlafen so öffnen das andere spiel öffnen so jetzt kannst du ein video machen jetzt hoffe ich dass es mal klappt hier oben von masters of lizard eine preview gehst nachher zum arbeitsplatz drei hin so du machst ein video von age of kingdoms 3 machst eine preview alter video starten an arbeitsplatz zwei so und ich mache ein video von call of you wie ein gameplay an arbeitsplatz eins fortsetzen sehr schön jetzt ist das schon wieder und spielt playstation der wahl kann die märzt das ist jetzt langsam das ist mir jetzt wieder ein bisschen zu blöd muss ich sagen aber jetzt keine lust wieder wenn das gleich wieder nicht funktioniert man kann ich nicht irgendwie shoppen gehen oder so ist ja unmöglich blablabla so kommt jetzt noch eine karte ja völlig heute kommt jetzt noch so jetzt spielt die schön jetzt ist sie dann spielen das doch wunderschön jetzt sind alle noch mal arbeiten jetzt können alle noch mal ein video aufnehmen und dann sind wir nachher alle glücklich sind dann alle glücklich es geht noch der rechner kaputt ja machen wir nachher geht gleich los ich komme gleich mit ins kino liebe lisa ja ich verliere abonnenten das weiß ich ich weiß dass ich abonnenten verliere so ich muss jetzt nur gucken zack 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 hochladen auf keinen fall so zeig mir das ergebnis zeig mir das ergebnis so und zack 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 hochladen nein danke so erstmal will ich jetzt zu keinem event gehen zu keiner vorstellung da könnte ich ja jede woche dahin gehen zu einer spielvorstellung so reden umarmung hey hallo küsschen küsschen komm lass uns das filmchen gucken lass uns das film hier zu ende bringen für die presse posieren noch mal vorher wir posieren für die presse allein schon im kino für die presse posieren das ist ja ja ne aber machen wir einfach mal so dann gehen wir jetzt in den saal und gucken uns den film an und entsetzen jay jetzt können wir dann nochmal mit dieser reden 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 aber ausdauer ist die auch hoch dauert jetzt natürlich noch ein bisschen alles bis es soweit ist der film der film der geht nicht zu ende aber wir können auch wir haben auch ein bisschen geld dass wir nochmal die arbeitsplätze aufwosten können ich denke bei arbeitsplatz 2 muss nochmal aufgerüstet werden der ist momentan das schlechteste neue schnittprogramme können wir ja mal gucken ich weiß nicht ob sie ob was sie bringen da müsste dann nochmal reingucken aber ich glaube die bringen sogar noch eine menge deswegen müssen wir mal gucken dass wir ein neues schneideprogramm dann nochmal ähm holen für alle drei arbeitsplätze wäre gut damit wir da dann wieder eine bessere qualität machen können und noch mehr abonnenten kriegen hoffentlich ja egal ausdauer ist voll video zu kino zu ende und wir gehen jetzt auch so akzeptieren so aufrüsten wir rüsten jetzt mal arbeitsplatz 2 einmal auf geht das überhaupt nein geht nicht okay dann auf jeden fall arbeitsplatz 3 den können wir auch den können wir dann aufrüsten und wir da erstmal das schnittprogramm dann gehen wir gleich zum arbeitsplatz 1 nochmal den schnittprogramm die gerne 1 million abonnenten schaffen wir wahrscheinlich noch nicht in dieser folge also so schnittprogramme welches nehmen wir denn wie nochmal äh da nehmen wir hier mal das hier ist so äh wie geht es hier ich möchte dich sehen ja zack 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 so da gehen wir nochmal nach oben Da ist schon Schnittprogramm 1. So, Cassie kann ein Video aufnehmen. Ja, dann schneller. Na, so. Von... Hattest du Masters of Lizards? Alter. Oder halt aus Bon. Ich weiß jetzt gar nicht, was du hattest. Age of Kingdoms. Ne, das hatte das. Ja, da machst du Masters of Lizards. Ja, Masters of Lizards. Machst du Preview Video starten. Am Arbeitsplatz 3. Fortsetzen. Weiter. Öffnen. So. Da ist der Techniker. Der muss ja auch nochmal ein Schnittprogramm kaufen. Zack. Für Arbeitsplatz Nummer 1 ist es natürlich das. Man muss ja natürlich das Beste vom Besten nehmen. Mikrofon. Appgerm. Oi, oi, oi. Da, das ist ja der Wahnsinn hier. Maus. Monitor. Der CPU muss, können wir auch nochmal gucken. Da haben wir ja auch nicht so... Bis jetzt noch nicht so toll ist, ne? Doch, die Minigehäuse. Der ist auch eigentlich schon relativ gut. Egal, wir kaufen erstmal das Schnitt. Video. So. Reparieren. Wieso wurde der nicht repariert? So, kannst du noch ein Video machen? Ja, du kannst auch ein Video machen. Von... Hey, Jeff Kingdoms. Kannst du ein Gameplay-Video machen? Am Arbeitsplatz 2. So. Öffnen. So. Schön. Zack. So, schneller, schneller. So, wir gehen nochmal was essen und was schlafen. Dann nennen wir auch gleich nochmal ein neues Video auf, ne? Äh, Sandwich. Aha, aha. So, nochmal ein bisschen schlafen. Schlafen. Ja, da gehen wir mal hin. Night of the Chess. Akzeptieren. Die mir hier nochmal. Sehr schön. Neue Verdienstmöglichkeiten. Ja, ja, ja. Der... Äh, wir haben ja schon den November. Okay. Zeige das Ergebnis. Okay, zack, zack, zack. Hochladen. Okay. Jetzt kommt, da. Wir können hier nochmal reden. Nicht, dass ihr uns irgendwann verlässt hier. Einmal reden. Rein, rein. So, wie weit bist du jetzt, Cassie? Au, schneller. Hahaha. 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 Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Jup. Da, Video wird hochladen. So, wir gehen nach oben. Da. Du kannst mir dein Ergebnis auch nochmal zeigen. Zack, 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 zack. Neue, neuer Rekorde. Oho, neues Level hochladen. Sehr schön. Neues Gaming-Video. Können wir auch nochmal machen. Ähm. Call of Hue. 2 Video starten. Das haben wir hier. Mono-Ausgabe. Popschutz. Ja. Fortsetzen. So. Und? Minus? Wieso krieg ihr da? Äh. Mist. Masses of Lizard Preview kriegen wir Minus. Das ist nicht schön. Okay, da können wir Minus-Abonnenten. Das musst du gleich wieder kompensieren. Aber das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir hin. So, wütender Schrei. Äh. Äh. Ratschlag machen wir. Ratschlag. Eine beiläufige Kritik. Eine singende Kritik. Wir singen und singen und singen. Äh. Sänger. Ein lustigen Kommentar. Setzt hier nochmal mit rein. Ja, da können wir jetzt nichts machen außer das hier. Das ist natürlich jetzt falsch. Und das war's. Ja, wir gehen da gleich ins Kino nochmal. So, den nehmen wir nochmal mit rein. Äh. 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 Den hier. So. Alter, was haben wir hier für blöde Sachen hier? Den hier. Den hier. Und den hier. Und den hier. Oh. Wir haben... Eins. Ausblende. Eih. Eih. Was können wir hier jetzt nehmen? Eih. 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 Zum Event gehen. Wir gehen jetzt ins Kino. Ähm. Eih. 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 hallo 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 bla 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 so wir gehen jetzt noch mal für die presse posieren für die presse posieren und dann gehen wir ins kino zack 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 so gehen in den saal danke dass sie da sein durfte das ist immer eines youtubers ist schwer also videos aufnehmen ins kino gehen auf parties gehen das ist ja ganz schön anstrengend und dazwischen muss man dann noch mal ein paar videos aufnehmen und so ganz schön anstrengend ist aber dass man bei 870 abonnenten und 20 millionen aufrufe so wenig geld auf das ist ja schon echt echt wahnsinn also leute ist los ich mich kein youtuber zu werden etwas ordentliches macht eine ausbildung geht zur schule sorgt für euer leben youtuber sein ist nicht leicht ihr müsst erst mal was ordentliches lernen aus eurem leben machen bevor ihr youtuber sein könnt so nütz gaming hd euer logos hat gesprochen ist das gleich die haare komisch aus egal 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 kann jetzt endlich mal gerne fertig sein sehr schön zu ende dann können wir jetzt nach hause gehen ja wir gehen nach hause kommentare ist klar ja ja akzeptieren gut dann werden wir dieses spiel jetzt auch erst mal dieses diese folge nicht das spiel die folge wenn wir jetzt erst mal beenden wir sehen uns beim nächsten mal wieder schaut auch gerne auf uns hoch auf unsere anderen videos oder auch gerne auf twitch wenn wir im stream sind bis dahin sage ich alles alles gute und auf wiedersehen